Unsere Mannschaft des Osterburger FC spielen die Volk heute mit der 23 Lukas Winter im Tor, mit der 5 Stefan Holtmann, mit der 6 Chris Herzog. Der Kaffee von Nürnberg werden die 2 Jahre vergangen. Der Kartnern schlägt mit dem Runderede, der 2. Stimme. Hielsen, der 2. Stimme. Halt, Hals! Osterburger FC fік. Halt, Hals! Halt, Hals! Uh! Osterburg-Johann! Applaus Schieb sich da Ach, was ist drauf? Ach, was ist drauf? Rein in Ping-Pong, rein in Ping-Pong! Guter Ball Schweizer 年生 Geist euer Teppel hier! Jawoll! Oh mein Gott! Geist das so, Jungs! Einfach rein, die Jungs! Geist das so, Jungs! Oh, das geht doch nicht, ne? Lass dich doch fallen! Oh, Henry! Oh, ho, ho, ho! Weiter, weiter, weiter! Option, Option! Geist das so, Jungs! Gut! Nachsetzen, komm! Ja! Gut! Geist das so, Jungs! Weiter, geht mal los! Arbeiten! Arbeiten! Sechs! Hintermann! Starker Ball! Jetzt zieht's! In der 84. Spielminute, der zweite Wechsel unserer Mannschaft. Das Spielfeld verlässt mit der 24 Mark. Neu im Spiel! Patrick Hähne mit der 20! Neu im Spiel! Patrick Hähne mit der 20! In der 24! Mit der 14! Das Spielfeld steht, woher wir für die 14! Die 15! Drei! Das ist so! Das ist so! Und der 15! Die 15! Die 15! Die 15! Die 15! Die 15! Der 15! Der 15! Die 15! Der 15! Das war das Landesklassenspiel zwischen dem Osterburger FC und dem Gadeländer SSV. Gadeländer SSV gewinnt 1 zu 0 und es ist wirklich oft im Fußball leider etwas unverdient. Vielen Dank.